Die hochwertigen und platzsparenden Erial-Raumluftwäschetrockner sorgen aufgrund hoher Umluftmengen binnen weniger Stunden für eine knitterfreie und schonend getrocknete Wäsche. Nicht zuletzt durch die neue Blue-Dry-Technologie arbeiten sie effizient und leise. Sie sehen dabei auch noch gut aus und lassen sich problemlos bedienen und warten. Ein weiterer positiver Effekt der Wäschetrockner, sie halten zusätzlich den Raum trocken und ziehen sogar eventuelle Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk. So verhindern sie die Ausbildung von Schimmel und beugen Sach- und Gesundheitsschäden vor. Sie erhalten unsere Raumluftwäschetrockner in zwei Größen für 7,5 und 15 Kilogramm Wäsche. Die Geräte sind getestet und zertifiziert und können ganz unkompliziert in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowohl in Neu- als auch in Altbauten installiert werden. Erial – höchste Qualität in Technik und Design.